Mein Name ist Cornelia Daniel Gruber. Ich habe vor vier Jahren die Firma Dachgold gegründet. Das ist ein Solarberatungsunternehmen, das sich wirklich auf die Wirtschaftlichkeit von solaren Unternehmen spezialisiert. Das war mir sehr wichtig, weil ich finde, dass Solanergie vor allem in Unternehmen gehört, wo die Energie untertags auch gebraucht wird, wenn sie produziert wird. Das Schwierigste bei der Gründung war eigentlich wirklich, diesen Schritt konsequent zu gehen. Ich habe immer vorher daneben noch Nebenjobs gehabt und nicht wirklich 100% das Unternehmen gemacht. Das Schwierigste war wirklich, den Schritt zu wagen. Der wichtigste Faktor ist ganz sicher die Begeisterung für das, was man tut. Es muss nicht unbedingt schon die fertige Idee sein. Ich sage immer, der Weg entsteht beim Gehen. Das war bei mir ganz, ganz, ganz klar. Es hat sich so viel entwickelt, nachdem ich begonnen habe. Und das ist das Wichtigste. Dachgold in fünf Jahren, das ist spannend. Das aktuelle Projekt Tausend ein Dach ist eigentlich so ausgelegt, dass wir in fünf bis sieben Jahren dieses Ziel erreicht haben. Und wenn wir das wirklich geschafft haben, dann wird Dachgold weltberühmt sein. Und der PV-Markt so boomen, dass er nicht mehr aufzuhalten ist. Aber er ist eigentlich jeder nicht mehr aufzuhalten. Ja. 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 Ja.